Fühl. Aber ein ganz, ganz mieses Gefühl. Weil wenn die sich nämlich gerade hier zusammengeklappt... ...wollte ich ja davon ausgehen, dass ich sich wieder... Walter. Oh, 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 oh. Ah, die können wir aufmachen. Ah, noch mal ein Drive-In. Was haben wir hier? Der letzte Eintrag, der Tagebuch eines Überlebenden. Ähm, ja, ich bin's nochmal. Ähm, ich hätte gerne eine große Cola, einen großen Big Mac und, ähm, das Ganze im Mac-Menü. Mit Pommes und Ketchup, danke. Ähm, ähm, dann halt nett. Stell ich mal eben jetzt eine Pizza, wenn sie es so wollen. Und ich glaube, es wird wieder Zeit für eine lustige Rutschparty. Ja, aber schlau. Oh, naja, egal. Ähm, ah, okay. Oh. Gut, ich hätte jetzt da eigentlich gedacht, damit, ähm, wir die Kiste jetzt irgendwie verschieben hätten müssen, weil die halt auch blau geläuchtet hat. Vielleicht war ja was im Dreck. Der Kiste, jetzt komme ich aber nochmal runter. Mist. Ähm. Hier und... Hier und... Hm. Nein. Vielleicht das an dem Kaffeeautomat. Kann man sich eigentlich auch selber abschießen? So war es perfekt. Ich war es nicht. Zumindest nicht mit Absicht. Ups. Ähm. Ja. Gut, ich würde mal sagen, es hat besser funktioniert wie gedacht. Ja, ja. Ja. Ihr seid ein paar Deppen. Haha. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ach. Nein, verpiss dich. Alter. Da geht dir das Herz auch schon ein bisschen auf Grundeis. Boah. Ah. Save? Ne, da unten, da steht einer. Hä? Ne, da hängt er dann. Okay. Oh oh. Ziel einer. Ähm, ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt so und dann hier rüber. Okay. Scheiß gar nicht, was es hier alles für Achievements gibt. Ach, werde ich noch herausfinden. Also, hier laufen ja andauernd mal ein paar Achievements durch, aber das werden ja die standardischen Achievements sein, die man bekommt, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Halt. Was haben wir hier? Ein Ausland aus der West. Oh 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 oh. Oh. Alter, was? Da hat sie leider. Nein. Hau ab. Nein. Geh weg. Nein, ich bin hier unten gefangen. Alter, was? Ah, toll. Ich glaube, ich kann mich jetzt mal beißen lassen. Ich komme hier unten gar noch mal raus. Das ist ja mal blöd. Bin ich schon ein bisschen traurig. Jetzt musste ich mich opfern. Ich hätte jetzt auch noch die... Ich hätte jetzt auch noch eine halbe Stunde lang die Zombies schubsen können. Ja, so ging es besser. Au. So. Nach der unten würde ich halt auch gerne mal. Ist bestimmt interessant. Treter. Treter. Tritt ein! Alter. Jetzt trete die blöde Tür ein. Au. Kacke, 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 kacke. Das sind, selbst für meinen Geschmack, schon fast zu viele Zombies. Da oben ist ein Medipack. Das können wir uns gerne mal noch holen. Ah, schon besser. Und hier müssen wir durchspringen. Und dann hier rauf. Hier rauf. Ach, Wallchump. Und hepp. Genau. Jetzt schieb ab. Nein. Ich möchte gerne... Hier... rüber. Ja. Ich möchte gerne hier rüber. Und jetzt bestimmt hier auf... dieses Dach. Genau. Mist, wo ist der? Ich verstehe es jetzt. Der Junge kommt hier, um seine Mutter zu erinnern. Und wir werden in eine Erinnerung geschickt, oder? Nee, doch nicht. Lydia. Eine kranken Frau. Na, dann trete er. Das ist immer manchmal blöd mit dem Treten. Es sieht aus wie ein Shootout. Halt, 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 halt. Jetzt hör doch mal auf, ey. Da ist noch eine Mülltonne. Was haben wir in der Mülltonne? Die Waffe. Ey, der hat auch sein Tagebuch überall verstreut, oder? Was haben wir jetzt? Und schon wieder bricht das Sound ab. Mann, 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 Mann. Das gibt's doch gar nicht. Aber da hatten wir doch schon mal so ein Spiel, oder? Wo es so... Was den Sound immer abgebrochen hat. Aber das scheint dann wahrscheinlich an Fraps zu liegen. Und dann halt an einigen Spielen. Aber ich hab vergessen, welches Spiel das war. Irgendein Spiel hatte in den Zwischensequenzen auch keinen Sound. Aber hier sind's aber nicht alle Zwischensequenzen, sondern nur ab und zu mal welche. Wer bist du? Ah, okay, also wir wurden jetzt quasi irgendwie angefunkt, oder so. Ähm, na, 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 na. Spring! Wenn die Zombies hier so mit Rot dargestellt werden, das erinnert mich immer voll an die Witch. Also die Witch aus Left 4 Dead. Ähm. So. Hey, wer bist du? Bist du das so in der Ratter? Okay, es ist das so in der Ratter. Ich sollte nicht das Radio benutzen. Ich bin sicher, dass sie uns hörten. Wer? Wir müssen rauskommen. Run! Wir müssen rauskommen, wir sind von dem großen Bär. Was zur Hölle? Wir sind alive, ihr Idioten! Alive! Wir sehen uns, Junge. 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 Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo. Dein Vater will dich, du zurückkommst. Und hide? Alter. Ich liebe Ratmeet. Niemand kann überleben, um Ratmeet zu essen. Ich wollte, um ein bisschen Essen zu suchen. Aber sie haben mich überrascht, weil... Weil du deine Emotionen überlassen hast und gehst, um deine Mutter zu besuchen. Ist das richtig? Meine Mutter? Meine Mutter ist... Nein. Nein. Wie wissen Sie? Schade! Hier kommen sie wieder! Run! Run so schnell wie du kannst! Und nicht zurück! Ähm. Aber sind wir denn hier drin jetzt nicht sicher? Alter! Was für ein geiles Szenario! Ähm. Ja, ich möchte auch nicht sterben, aber... Kann ich hier... Ah, warte mal, ich kann hier was... Hä? Ähm. Nein. So. Ah, okay. So, dann schieben wir das mal hier hin. Alter, ey. Und dann noch während der Verfolgungsjagd... ...noch aber schöne Rätsel drin. Ich glaub's nicht. Und alle, ja. Müssen wir jetzt hier raus. Ja, hier ist eine Leiter. Okay, okay, okay. Und jetzt... ...hier rüber. Alter! Geil, ey! Mann, nix an, wenn wir mal hier... ...in... So kann man's natürlich auch machen. Hier rüber... Ähm... Da ist ein Zombie. Geh, mein's Licht. Geh, mein's Licht. Ja, so sind die... ...die Armeetypen wenigstens für etwas momentan gut. Ich hab den doch gar nicht benutzt. Ich hab doch immer... Mir fehlt doch immer noch Leben. Ernsthaft? Ach, halt doch die Klappe. Und jetzt? Alter, wie geil. Über den Kran. Ich fass es nicht. Achtung, Vögel. Los, 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 los. Los, 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 los. Alter Schwede, ey! Ach, du Scheiße! Boah! Nach. Ich wollt springen. Und das Ganze dann noch mal in Zeitlupe gehabt, ey. Das war jetzt echt mal cool. Zu kurz gesprungen. Wusste ich natürlich. Das war alles so geplant. Okay. Und... Boah! Jetzt. Ähm... Bestimmt Wallchamp wieder. Yo! Und jetzt? Hier rüber und... Dann... Darüber? Boah! Okay. Alter! Also diese Zerstörung hier, das waren bestimmt nicht alles die Zombies. Das kann mir... Keine Weis machen. Nicht schon wieder! Alter, verpisst euch! Habt ihr sonst keine Hobbys? Hier muss ich mich abrollen. Ah, das frisst Zeit, das frisst Zeit, das frisst Zeit. Schnaller, 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 schnaller. Boah! Wir haben unsere Tarkets verloren. Boah! Wo sind Sie, Kind? Ich komme hier nicht raus. Ach ja. Ja! Und wir haben wieder... Eine Axt! Schön! Schön! Sieg, Kind? Bis zum nächsten Mal. Absolut, Amendment! Bis zum nächsten Mal. Shh! Ich wohne mal. W económat.